Das Ergebnis für die Kopfnummer 923, Richter bei H 199, Richter bei C 181 ergibt insgesamt 380 Punkte, das entspricht 57,58 Prozent. Das letzte Paar in dem Preis um die Bahnhofapotheke von Patrice Hill gestellt von Jana Kams für den Reit- und Fahrverein Jagdfalke-Brün. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir hier nun gleich das stechen, der Springprüfung der Klasse M sehen, Siegerehrung und Platzierung der Dressurprüfung der Klasse L, ausgezeichnet mit zwei Sternen auf Kandare, wurde diese Prüfung geritten um den Preis der Bahnhof Apotheke Hilberath und in dieser Prüfung siegreich. Mit einem Gesamtergebnis von 437 Punkten, meine Damen und Herren, für den Club der Pferdefreunde Goch siegt Hanna Wiesner mit Top Niklas. Herzlichen Glückwunsch! Applaus Seitens der Richtergruppe gratuliert Herr Rudolf Lodewig, unserer Siegerin Hanna Wiesner. Seitens des Vereins gratuliert, überreicht den Ehrenpreis und außerdem den Gutschein der Anton Bader, Vorsitzende der Wolfgang Köstens. Auf dem zweiten Rahmen, hier in dieser Prüfung, geht es weiter. 430 Punkte für den Radfahrverein Gar von Schmetto Ebersaal, für Petra Schiller und Meck. Auf dem vierten Platz gratulieren wir hier im Preis der Bahnhof Apotheke Hilberath, Future of Rotation. für den Ratssportverein Krefeld, 423 Punkte. Platz 5 für Caballero, MMR und Elke Falkkieser. Reiterfeingrafen, Schmetowetze, 416 Punkte und ganz knapp dahinter 415 Punkte. Somit Rang 6 für Fürstenberg und Gernerkampfs, Jagdfalke-Brüne. Auf dem siebten Platz, 413 Punkte für den Ratssportverein, Lücher Feistorf. Herzlichen Glückwunsch an Anja Meier und Faballero. Auf dem achten Rang, hier sind es gleich zwei platzierte, beide mit der gleichen Summe, 411, um genau zu sein. Wir gratulieren Carolin Bertling mit Ricardo für den Ratssportverein Fürde. Und außerdem Lars, den kleinen Eisbär und der Reiterin Isabel Terörde für den Ratssportverein Jagdfall für Brüne. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, gratulieren wir nochmals recht herzlich der Siegerin Hanna Wiesner zum Sieg in dieser Dressuprüfung der Klasse L. Und Ihren Top, Niklas, gratulieren den weiteren Platzierten und bedanken uns recht herzlich für die Übernahme dieser Prüfung bei der Bahnhofapotheke Hilberath. Und nun, liebe Anna, darfst du diese Ehrenrunde anführen. Danke für Bueno. Vielen Dank. Vielen Dank.